Hi Fans, wir haben noch eine Folge von HUGAGAME, gesponsert von der deutschen Familienversicherung. 5 Meter? Es fühlt sich großartig. Nein, nein. Das ist unglaublich. Okay. Hast du das? Was hast du 8 Millionen? Oh, das ist nicht schlecht. Ich bin 75,98 Meter. Ich liebe das. Ich liebe das. 5 Meter? Was hast du? 5 Meter? 5 Meter. Alle zusammen? Nein, nein, nein. Ein Durchschnitt! Was war das? Was ist die Höhe? 1,96 Meter. Also du bist ziemlich nah. Vielen Dank, dass du das HUGAGAME mit mir und Josh verletzt hast. Auch wenn du hier bist. Check out die Linken bei der Sponsorship. Und ich bin 2-1.